Rauschen! Rauschen! Zurück zum Raum, Flanke scharf, reingeköpft, dann ist es das Seidentor. Ich glaube, wir sind super reingekommen ins Spiel mit dem Standard. Ein super Tor, das haben wir genau so einstudiert. Natürlich glücklich, dass es in den Gegner dann reinschießt. Wir hatten das Spiel, glaube ich, unter Kontrolle. Obwohl wir, glaube ich, dann phasenweise erste Hälfte nicht so diesen letzten Zug zum Tor hatten, hätte man, glaube ich, ein Stück schneller oder effektiv aufs Zweite gehen müssen, haben uns dann aber wieder gefangen und dann schnell in der zweiten Hälfte das Tor gemacht, was uns natürlich gut getan hat, dann das Spiel, glaube ich, kontrolliert und relativ souverän gewonnen. Und jetzt Baumgartner, Baumgartner mit ganz viel Platz, am Schluss, Baumgartner links unten, rein das Ding ins Glück, hat einige Meter Platz. Fantastisch gemacht und dann schöner Einsatz von Xavi, immer noch mit drin, noch mal ein Übersteiger von Xavi. Xavi, umgangs straff vom Auferpenter. Auferpenter auf rechts, abgeschlossen, direkt in die Arme von Schulen. Es hat oftmals auch eine Kleinigkeit. Da rutscht der Ball durch, geht er vom Pfosten rein. Das kann man nicht immer trainieren oder ist manchmal auch ein Stück weit Glück. Aber natürlich haben wir da nochmal eine Möglichkeit, auch ein Stück besser zu werden. Das werden wir auch definitiv weiter trainieren und dann bin ich auch sicher, dass wir da wieder besser werden. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.